ja also wir sind im zweiten video im wooplayer eingeloggt und ihr seht das ganze ist wie vorhin erwähnt browser basiert und jetzt schauen wir uns mal an wie das funktioniert ich habe hier jetzt zum testen einfach mal so eine youtube url genommen diese sieht normalerweise mit den einstellungen so aus es fängt also direkt an video von mir deshalb stelle ich den autoplay immer mal wiederum raus da muss ich zwar auf preview hier unten klicken aber es nervt doch wenn man jede einstellung macht und das video jedes mal von vorne beginnt gut also hier oben gibt ihr ja youtube url ein amazon es 3 url ein wie auch immer dann im zweiten schritt können wir so ein splash screen einfügen also so ein screen der im runde vom anfang an da ist das ist allerdings nur sinnvoll wenn ihr den autoplay nicht nutzt weil beim autoplay sieht man das ja eh nicht den start screen gut denn den müsst ihr irgendwo hochladen bei euch auf dem server und dann die größe und die breite einstellen im nächsten teil könnt ihr einstellen low fullscreen also kann der user das ganze auf dem fullscreen setzen ja oder nein das könnt ihr durchaus auch verbieten autoplay habe ich gerade gesagt soll das ding automatisch starten oder nicht und auto buffer ja soll da eben das ganze automatisch schon mal vor gebuffert werden dann ist es aber so dass der user ein bisschen länger warten soll von daher muss man überlegen ob man das macht gut player stretching player controls ist klar das seht ihr jetzt hier die änderungen da könnt ihr eben auswählen wie rum ihr es haben wollt ihr könnt auch die die leiste hier unten ausblenden oder bei nur bei einem mouse over zeigen aber das lasse ich eigentlich meistens drin weil es einfach am natürlichsten aussieht hier können wir jetzt eben so ein player auswählen ihr seht wenn ich jetzt hier zum beispiel den im nehmen ist hier unten diese player bei etwas anders es sind sehr sehr viele player die wir hier haben es kommen auch immer wieder neue dazu also sucht euch da irgendwas raus was passt ja ich bleibe eigentlich meistens bei einem schlichten hier die sind dieser schwarze fällt mir ganz gut hier unten in ganz klein gut weiter show video shadow border ja könnt ihr eben gucken ob in schatten haben wollte so drumherum seht ihr ganz leicht grau remove players watermark ist jetzt auf jetzt wenn ich das ding start ist es auf no und dann seht ihr unten den player wir möchten aber das logo natürlich nicht da haben und können jetzt auch sagen ich möchte mein eigenes logo da einfügen dann kann ich wiederum eine url hinzufügen hier steht auch welche größe das haben sollte so maximal 94 pixel mal 56 pixel und das logo könnt ihr dann natürlich auch noch mal verlinken das heißt wenn ich jetzt unser wuppermarketing logo dahin machen würde kann ich da auch den link nach wuppermarketing.de setzen und dann ist das ganze auch noch klickbar und ich kann es halt im video überall hinsetzen die position kann ich jedem einstellen ja gut dann lassen wir das jetzt erstmal so im nächsten schritt kommen wir zu diesen anderen super funktionen dieses enable on finish action wenn ich euch erwähnt wenn dieses video durchgelaufen ist soll der user dann direkt irgendwo anders hingeleitet werden oder nicht wenn ihr das auf yes setzt dann könnt ihr hier auswählen mit einer redirect url das ist irgendwo ja da könnt ihr dann eben die url eingeben oder html anzeigen ihr könnt dann eben auch ein html part reinsetzen ich setze das jetzt mal auf no dann haben wir den nächsten schritt auto pause das bedeutet wenn eben der user die seite verlässt nicht indem er die schließt sondern indem er einfach ein anderes fenster öffnet dann kann man einstellen dass das video automatisch auf pause gesetzt wird ja dass er im grunde nur das video hört und sieht wenn er auf der seite selber ist und dann könnt ihr sagen okay das möchte ich dann könnt ihr das ganze auch noch mehr auf der seite selber ist und dann könnt ihr sagen okay das möchte ich dann könnt ihr das ganze auch noch mit einem bild versehen das bedeutet wenn der user auf pause klickt oder eben diese automatische pause entsteht könnt ihr ein bild hinzufügen wobei hier das jetzt im nächsten punkt kommt hier rechts das ist noch mal dasselbe klick to pause bedeutet einfach dass das ist gar nicht möglich ist auf pause zu klicken im zweiten schritt jetzt das was ich gerade vorweggenommen habe ihr könnt eben so ein bild hinzufügen jetzt jetzt einfach die url rein und den link wenn der user eben das ding auf pause setzt dass ihr im grunde so eine art werbebanner einblenden könnt ja ok nächster schritt enable social sharing ist sicherlich immer sinnvoll da gibt ihr dann eure url ein jemals beispiel dann setzen wir die noch rein und dann haben wir hier unten diese buttons wenn ich jetzt hier auf want to lock video jetzt klicke dann kann der user erst das video gucken wenn er das ganze geschert hat über die einen der drei buttons oder nach einer bestimmten zeit also nicht hier jetzt dann zehn sekunden oder fünf sekunden eingebe dann kann der user hinterher das video wenn ich es eingebunden habe erst anschauen wenn er eben das ganze verbreitet hat oder eben nach einer bestimmten zeit gut weiter geht's mit dem opt in der macht sehr viel sinn also das ist ja wirklich cool wenn ihr so ein opt in mitten matschig in euer video setzen könnt ihr habt ihr die möglichkeit mit awaber oder get response zu arbeiten aber ihr könnt auch wenn ihr zum beispiel bei klicktipps seite oder so custom html setzen dann holt ihr euch einfach den html code von eurem opt in formular und packt den hier rein wir sitzen nutzen zum beispiel get response und dann bräuchte ich nur die webform id von meinem formular eingeben und ja dann eben noch die einzelnen dinge ausfüllen header tags description also sagen hier für dich jetzt gratis trag dich jetzt ein und wir schicken dir das ebook gratis ja wenn ihr in eurem formular nur die e mail adresse gesetzt habt dann müsst ihr natürlich hier den haken machen das elbe name fehlt weil das ja dann nicht gebraucht wird und dann könnt ihr hier noch und dann entsprechend das layout auswählen jetzt könnt ihr noch einstellen wann dieser opt in gezeigt werden soll und zwar entweder am start vom video am ende des videos oder eben an einem bestimmten zeitpunkt ja also wenn mein video zehn minuten geht und ich nach drei minuten möchte dass die leute sich eintragen können dann kann ich sagen okay drei minuten startet das und ende ist dann in sechs minuten ja dann fährt es so mit da rein und fährt dann halt auch wieder raus ja und hier haben wir jetzt noch die möglichkeit mehrere funktionen beziehungsweise mehreren content hinzuzufügen das heißt hier habt ihr diesen ganz normalen text editor wo ihr auch bilder und videos und verlinkungen einfügen könnt video im video ist natürlich jetzt ziemlich unsinnig aber möglich ist es und die dann eben an einem bestimmten zeitpunkt was ihr hier rechts einstellt als overlay eben dann kommen so nennt man das sie können natürlich die position einstellen die größe einstellen und natürlich auch mehrere hinzufügen ja also ihr könnt sage ich jetzt mal in minute eins für zehn sekunden banner reinfliegen lassen ihr könnt in minute zehn 23 noch ein button reinfliegen lassen und so weiter und so fort also das ist dann schon sehr umfangreich natürlich solltet ihr euer video nicht zu voll stopfen sonst ist der user etwas überfordert aber ansonsten sind es echt viele funktionen und es macht da schon sinn einiges zu nutzen gerade wenn es zum beispiel um opt in geht und ich weiß nicht ob man damit sogar eventuell google adwords ein bisschen ausspielen könnte ja das bedeutet wenn ihr jetzt so eine website macht und diese normalen squeeze pages noch dazu setzt dann findet google adwords das natürlich nicht toll wir kennen all das problem dass wenn ihr page traffic auf eine squeeze page lenkt dass das meistens in die hose geht das heißt wenn ihr eine webseite macht die einfach ganz normal content hat oder auch ein blog wo ihr oben drüber ein video setzt und da dann einfach zum beispiel in minute eins oder nach 20 sekunden das opt in fällt hochfahren lasst dann sollte google da eigentlich nichts gegen haben und somit kombiniert ihr die squeeze mit eurer normalen webseite ja probiert das mal aus kann ich nur empfehlen also zumindest das ausprobieren kann ich empfehlen ich bin gespannt wenn ihr das mal ausprobiert habt würde ich mich über feedback freuen das könnt ihr in die kommentare unten drunter schreiben und wir werden das sicherlich auch mal ausprobieren damit könnte man glaube ich ganz gut da so ein paar spielregeln umgehen das soll natürlich jetzt keine anstiftung zur regelbrechung sein aber man kann es ja mal probieren okay das ist jetzt mal so der die übersicht von der software selbst ja wenn ich damit fertig bin klicke ich natürlich hier auf save changes und jetzt habe ich vergessen dem ganzen namen zu geben das machen wir natürlich jetzt noch mal machen wir mal hier eine demo und schreiben um die uhrzeit ist auch immer so eine sache save changes und jetzt muss mich noch mal einloggen weil ich gerade so lange ausgelockt war aber das macht nichts so jetzt haben wir hier unter my videos das was man so angelegt hat das können wir natürlich jederzeit bearbeiten wir können uns die statistiken dazu angucken die einstellungen bearbeiten das ganze löschen und eben dann hier get code und diesen code kopieren und dann egal wo auf unserer webseite einfügen es ist ein ganz normaler code beziehungsweise ganz normales skript was ihr ein widget einfügen können ganz normal auf die wordpress seite in blogartikel auf eine ganz normale html seite wo auch immer und das sieht dann meistens ziemlich gut aus ja ansonsten was haben wir noch split tests habe ich vorhin erwähnt da könnt ihr eben mehrere videos hinzufügen und dann anklicken und ein split test entsprechend nutzen ja gibt dem namen und und datum und dann wird das getestet und ansonsten ja hier die analytics da kann ich jetzt sagen wann das ist natürlich jetzt nichts weil ich es erstellt habe aber trotz allem finde ich ist es ein sehr umfangreiches programm mit dem ihr richtig coole videos erstellen könnt beziehungsweise eure videos aufpeppen könnt schaut es euch mal an wie gesagt der link ist hier drunter lest euch oder schaut euch den den set letter noch mal an und mit dem geld könnt ihr aber dem geld oder bei dem günstigen preis könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen und wie gesagt ihr habt ihr 30 tage geld zurück garantie probiert es einfach aus ich finde es halt im gegensatz zu den anderen programmen die auf dem markt sind sehr sehr günstig und dafür aber sehr sehr umfangreich und ich muss ganz ehrlich sagen ich für keine 200 euro für 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 so eine sache ausgeben gut also schaut es euch an ich kann es empfehlen bzw wir können es empfehlen und dann sage ich mal bis zum nächsten mal tschüss